hülle der da unten auf dem boden da saß weißt du würde könig dem und nehmen eine krone ist also was müssen ja auch zum club in die hülle ich gleich noch mal gucken mit der krone habt ihr ja auch was wir jetzt im club in hülle genau haben wir ja dann kann ich dann noch einmal gucken ja ja das war das kann man hier mal ja 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 Vielen Dank. Ach so, das ist das hier. Morgen früh bin ich wieder nüchtern, aber ihr seid immer noch blöd wie Stroh. Ihr seid morgen ganz sicher nicht nüchtern. Vielen Dank. Okay. 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 One ist so wiedergekeilt Ihr ist ein Rabbopleneissletter- Seit wann hast Du den Drachen hier? Hehe. Da is der komische Golloren, der wurde zum Drachen. Welcher Golloren will ich nicht? Das ist der согlaß. Ja denn ein Affen? Da kam ein Какойola. Lass. Aber warum hast du den jetzt schon, wie bist du zu... welche Stufe bist du jetzt? Stufe 6? Ich habe doch auch Stufe 6 und warum ist meiner nun nichts der Drachen? Ja. Weiß nicht. Hast du was übersehen? Hast du andere? Nee. Mhm. Den konntest du erweitern. Weiß nicht, wenn du ihn übersehen hast, weiß ich nicht. Du hast was anderes angeklickt? Und so. Okay. Ich meine, haben die Katzen hier liegen, du? Oder sitzen? Jetzt hab ich aber einen Dussel liegen, du. Ja, ne? Erstes Insulinspritzen und jetzt das. Hoffentlich geht er nicht gleich doppelt rüber. Oh, ich muss mir noch einen Schurkerügel holen, weil ich... Schurker. Schurkerfeuerstein und Kaffee dazu. Kaffee mit Schuss. Ruff. Äh. Ja, ja. So ist das. Boah, Mann. Wie ist das hier in der Erde? Du siehst... Die sieht unheimlich aus, die Katze hier. Geht auch nicht mehr weg hier. Nee, springe. Ja, Muschis. Ja, was denn, Muschi? Ja. Wo ist Muschi? Ja. Wo ist Muschi? Wo ist Muschi? Wo ist Muschi? Ich hab ihren Scheidel gezogen. Ups. Wo war das Muschi? Wo, 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 wo? Hier sitzt ein Drache. Na, du? Meiner. Willst du Leckerchen haben? Oh, nein, 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 nein. Ich glaub, mein Schatz kriegt keinen Schirka-Feuerstein mehr. Ich find, der sieht aus wie ich. Gib mal im Internet einen Schirka-Feuerstein. Oder bei Amazon. Ich glaub, bei Amazon kannst du ihn sogar verkaufen. Der ist lecker. Richtig geil. Der erwärmt von innen und brennt von außen. Feuerstein. Alles gut trinken. Mauts. Mautsi. Mietzimauts. Choco-Feuerstein. Choco-Feuerstein. Choco-Trops. Wie wird das denn geschrieben? Warte, ich schreib es dir. Wo denn? Wer ist nicht so leer? Ja, stehen. Okay. Gut. 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 Ohja, ich setz比較. Aber ich nehme den Stuhl. Aha. Die Königin. Du. Villa mit großer Schnauze. Die Königin Miss Shania Stone. Ah. Andrea. Tö tö-tö. Und kriegst du den bei Amazon oder? Wo hast du geguckt? Guck erst mal nur so---auf Bilder. Ja, den kriegst du bei Amazon her. Oh, mir wird ganz drimmelig davon. Der ist gut. Da liegen Drops. Willst du einen Drop? Ich muss jetzt allerdings noch ein bisschen aufpassen. Insulin und dann noch Dings hier. Magst du einen Dorf? Du bläst auf deiner Flöte, ne? Jetzt nicht mehr. Ne, du? Auch Willen. Wie geht denn das? Hier steht auf Schrägstrich SIT 1 bis SIT 6. Oh Gott. Also SIT. Schrägstrich SIT. Ja. Und dann entweder 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Eingehen. Cool, ne? Ist gut. Wie ging das andere nochmal? SIT. SIT. Ein bisschen kompliziert, dass man das eingeben muss, ne? Ja. Naja. War nichts mehr, die anderen Sachen. Ach, warte mal. Das musst du gut. So. Guck. Hört sie. Achtung. Was war das gerade? Bildstrich C-R-Y. Das sei eben aus, wenn du dich übergeben musstest. Cry heißt das. Weinen. Achso, das sei aus, wenn du dich übergeben tust. Oh. Hüah. Wie schreibt man Lachen eigentlich? Glaub ich wohl. Hm. Seid ihr soweit? Aber ihr seid immer noch blöd, wie Stroh. Hm. Unwildiger Befürchtung. Also, wir könnten weiter, wenn's geht. Warte draußen, habt euch. Hier drin wird's, wird's so mutig. Hup. Oh. Lieber nicht, dass wir mal falsch haben. Hehehe. Hallo? Seid ihr noch alle da? Ja, ich... Ja, ich... Kommen wir hier wieder rein. Kommen wir wieder rein. Gut. Denn... Oh, hier liegt auch noch was. Echt, wo waren wir jetzt noch mal die Körperpflege? Der Blick kostet nix, aha. Der Blick kostet nix, aha. Ah, hier hinten war die Treppe. Dü, 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 dü. Opsi! Tötet Königdemok. Tötet Königdemok. Sonst... Hier tretet Kalle ins Versteck, wenn die Mannschaft bereit ist. Sag dir nicht, ne. Tötet Königdemok und nimmt seine Ohr noch. Dann müssen wir in die Richtung. Aber erst mal gucken, welche... Welche Dings denn in der Nähe sind wach, welche Quest sind. Oh, die sind ja alles weit weg. und dann mach mal die krone zuerst aber wir sind ja zu dritt ich habe hier noch eine ich muss da noch hier in der stadt noch was machen das ist der große schlüssel das ist hier in der nähe wenn er hier in der stadt ist ja ja ihr habt ja nicht mit dem die spitze der spitze die spitze der spitze ja die spitze der spitze der spitze der spitze das ist eine frau schöne ledig wie geht's hübsa ich gucke total aus dem atem können uns die dings holen noch die scherbe die ist hier irgendwo dann hier ist eine schabe ja himmelsscherbe ich glaube ich weiß sogar wo die ist also ich finde dieses kleines bisschen unübersichtlich wenn ich einen alten mann wie mir nicht ins wasser hier drin ist hier auch nichts leuchten hier ich glaube ich weiß wo sie ist nein komm ich mal mit du bist du rein ja aber hier wird sie dann angezeigt ach hier ist sie ich habe sie ich bin zu blöd ich bei mir auf der karte werden sie angezeigt und gut ja hier ist der strahl ich habe mir gerade hingemacht ah cool so einig kann sich dann auch noch was ja guck'n ein Fälligkeitspunkt erhalten juhu wo sehe ich nicht denn da habe ich schon diese scherbe ja muss ich noch schnell zum boot das hier geht zu docks am besten sagt ihr meinem bescheid wenn ihr irgendwelche quests aufsammelt ne ja das ist halt so komisch weißt du ich denke mal das war die frau gewesen die da tot rum lag wo wir einfach den zettel gelesen haben ja das ist nur das mit diesen wirmenteilen oder wie das heißt das haben wir da auch gesammelt ja wirmenteilen ok und woher kommt die mannschaft der sperrspitze mitredet carleens versteckt wenn die mannschaft bereit ist achso von der frau da oben letzte nacht findet irina in den sami findet schamal apropos findet sami spielen wir heute nicht bis jetzt ist er noch nicht online ich glaube der arbeitet noch ab 0 uhr halb 1 wie die zeit vergeht die frauen haben mich allein gelassen sie haben mich allein gelassen ich kann dir noch gar nichts zu ende machen ok muss ich nachher nochmal hierher weil ich ja sonst segle ich euch weg das ist auch doof oh ich such dich ich stehe hier drüben ja gucki ich bin hier vorne irgendwo hochgelaufen ist das kamel da drüben kamel ich bin kein kamel du lass mich doch mal einen witz machen ich bin da unten ins wasser gesprungen und dann da rüber kam ich sitz ach da bist du hi hi servus rührt sie dann gut und jetzt zur der globinhöhle oder was ist los ne tötet demok hier hier ich gar nicht mehr wo seid ihr ich führe ich versuch's immer hinzuführen ach so ok ist das auch oben genau müssen wir irgendwo fährt da lang wo danils gerade ist ja aber die ist ziemlich weit weg noch geh mich mal zu dir ach da drüben müssen wie war das jetzt genau ähm imi ist doch nicht oder wie war das oje Ingrid Ingrid kann nicht schlafen doch ok ich auch nicht Ingrid ne Ingrid hat wieder muskelschmerzen nachdem sie nachdem sie sich ihre chemo gespritzt hat ähm Anika bist du auch schon drüben? ne ne ich will grad dann zu euch ach du beamst? ja ich beam beam ich rüber Spuddy ja ich will grad noch zu dir Rani ich laufe du läufst? ok ich gehe nie weg ich weiß zwar nicht wohin ich laufe aber ich laufe einfach äh ich schwimm wo bin ich denn jetzt? wo oh wie ist denn das so schnell hängen gekommen? oje hier ist jemand ja ich na Markus wie du bist du böser aua aua au schusserl na ach du komm da hängen komm so schnell lauze hund hä übers wasser achos übers wasser hä du warst doch eben noch bei mir find euch nicht aber egal ich bin bleib da bleib da bleib da ich bin kurz vor der Höhle oder kurz oder irgendwas ihr müsst hier irgendwie hochlaufen geht das bei dir? Maura Maureen ja ich schwimm grad blub 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 wer ist da oben? dann ist da oben dann ist da oben und das sieht man da mhm glaub wir müssen sowieso unten längs schwimmen kann das sein? mhm weil wir irgendwie da hinten hin müssen komm ich runter zu euch was seid denn ihr jetzt? schwimmen hier unten ah da hinten ist so da hinten ist so da siehst du mich man kann aus dem wasser wieder rausspringen und wieder reinspringen ne? es ist verwirrend das spiel mit dem alten mann da ist jemand da 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 ich seh jemand wer ist das? ich glaub das bist du ne? halt du bist gar nicht bei uns ach das ist tatja tatja irgendwas ach toll ich folge ne anderen person komm ich da rüber? er ist komplett falsch gelaufen ja ich hab jemand anderes gefolgt weil ich den Balken oben gesehen habe eben wir müssen noch auf ihn warten hey dammste Hacke komm ich komm ich komm ich komm ich komm ich ja komm ich ich bin gleich da ich hab's geschafft äh Alter Schwede ist ja stark ne? wer? wer ist da? der Typ ich bin gleich tot der König? nein ach scheiße nein kann mich nur kannst du mich wiederbeleben Annika? ich hab nämlich keinen Wegschrein äh keinen Seelenstein mehr jetzt muss ich den ganzen Weg laufen das ist ja nix das ist auch so oh ja ohne der ist viel zu stark gewesen eben alle beide tot? ja 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 das Land gehört mir das Land gehört mir wie machst du das? das ist mein Mischpult das ich ihm geschenkt habe ihr liegt mir ab ja hast du dich beim Wegschrein äh ja geht ja nicht anders mit ne 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 also der war echt stark ich hab's die Radar gefunden oder? ne 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 uaa oh uah 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 ich sammle schon wieder wie verrückt Eisenerz abbauen ich werde reich nur von dem Zeug hey 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 wo bist du denn schnauze Opa siehst du jetzt habe ich ein Fell müssen wir da werden wieder rein oder so irgendwo aus heute wir bleiben mal hier stehen wo wir jetzt sind okay aber erst mal hier ein bisschen helfen noch so ich glaube es sei die ja 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 ich habe müssen wir glaube ich mal wieder rein außen nee sicher ist drin außen war da nichts da war nur so ein zelt da war kein kapitän außen das hatten wir doch vorhin Opa aber da wird doch nichts ab wo seid ihr jetzt hin zwei gold holen da unten rein in die goblin mine ja meine ich na gut dann gehen wir rein da wo wir finn waren war doch nur ein zelt die seid aber nicht in die goblin mine rein weil jetzt bin ich rein ach jetzt ach ok fahrzeug gold er schießt näher da sind welche anders Vielen Dank.